Yeah, sehr geil, sehr geil, sehr geil, ähm, sehr geil, da muss ich jetzt mal, da muss ich jetzt einfach mal, äh, jammen und, äh, nochmal kurz reingucken, äh, zu geil, ich find das so geil, ähm. So, ich hab's jetzt zwölf, ich fang jetzt einfach mal an, also wir haben von Matthias schon, äh, die Nachricht bekommen, wir dürfen loslegen, machen wir natürlich dann auch und ich wollte euch nur noch mal kurz zeigen, wie es jetzt momentan aussieht, also ein paar sind, glaube ich, sogar schon wieder ein ganz bisschen hoch, also keiner ist in irgendeiner Liga, ja, richtig Liga los und, ähm, das hat schon ordentlich gesessen, würde ich sagen und ich bin bis 135 runter, schauen wir mal, äh, achso, ja, jetzt natürlich, äh, mein Angriff, aber, äh, nee, dazu müsste ich natürlich, ich guck mal gerade, kleinen Moment, ähm, Verteidigungs-Lock, der kleine Hondo ist da, besuchen, gucken wir mal, was er für mich vorbereitet hat, yeah, sehr geil, sehr geil, sehr geil, ähm, sehr geil, da muss ich jetzt mal, da muss ich jetzt einfach mal, äh, gemmen und, äh, oh, nochmal kurz reingucken, äh, zu geil, ich find das so geil, ähm, besuchen, zack, 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 also, die kann ich, das kann ich, äh, da, 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 noch ein paar Riesen, würde ich sagen, ein paar Riesen für die Magier-Türme, um denen noch Platz zu machen, äh, oder Schweine, äh, ach kommt, Leute, äh, was kostet die Sache, vollkommen drauf gecaked, ähm, oder nur mit Hexen, wer hat hier auch eine YOLO-Aktion, nee, ähm, ich nehm Schweine, ja komm, gejammt, egal, what, äh, gucken wir mal kurz, wie viel wir noch haben, weil er darf ja nicht angegriffen werden, sonst ist die Sache schon vorbei, so, acht Gems nochmal rausgebraten, ja, ich kenn das immer wieder, dann sagt man sich, ach naja, ein paar Gems, ein paar Gems, und dann ist mal wieder alle los, ähm, nein, du komm, ach so, voll sind wir schon, so, zack, hier, Gem, so, okay, jetzt machen wir eine kleine Rache, und wir ziehen uns das mal rein. Ja, egal, Rache. Bam, Junge! Die wird mal mega abgehen, die wird mal mega abgehen, also, für den besten YouTuber, vielen, vielen Dank, Hondo, ähm, wir legen gleich mal los, und, äh, hauen hier rein, was hauen wir hier rein? Ach ja, hier, lass mal King hier starten, und, äh, gleich ein paar Schweinchen, Die können hier gleich mal ein bisschen was aufräumen Und dann würde ich sagen, hauen wir hier mal gleich eine Ey, krasses Pferd, krasses Pferd Wenn ich es schaffe, sind es 59 Pokis 59 Fooking Pokis Ich hoffe, er hat seine Clanbook nicht voll Ja genau, er hat sogar die Clanbook leer gelassen Oh, also erstmal Special Thanks to Little Hondo Geiles Ding Ach ja, eine YOLO-Aktion, ach ist das geil Ich freue mich über deine Ressort Ich brauche gar nicht so viel Verblasen, kriege ich auch so hin Ja, ich freue mich halt Ah, die Traps hättest du noch schön außen setzen können Aber okay, da soll man dir jetzt kein, nichts draus drehen können Das sollte reichen, ich glaube die letzten brauche ich nicht mehr Ich würde sagen, das war die Aktion des Jahres Vielen Dank Die ersten 59, das ist schön das im Kasten zu haben Und ja, jetzt mache ich meinen Ich glaube, ich kann noch nicht teilen Ähm Angriff Post ich Später 59 Pokis Bäm, Junge Äh, richtig geil Ja, die Pokis waren es wert Äh, die, die, die Gems waren es wert Ähm Auf jeden Fall Ja, ich werde das ganz, ganz easy abgehen lassen Weil ich Denke wirklich, ich werde das, äh Am schnellsten mit den Bogis machen können Und Ohne alles andere Egal Egal, also das war auf jeden Fall die geile Aktion Das soll es dann erstmal für meinen Start gewesen sein Also richtig coole Sache vom Hondo Vielen, vielen Dank dafür nochmal Und Reingehauen Ciao, ciao 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 Ciao